moin moin hier ist wieder robin für euch ich bin auf dem öcher band ja und ihr würdet eigentlich gleich zu erwarten ich drehe meine runde mache schöne off-wall zu euch das ist leider heute anders ich bin direkt von der arbeit hingefahren 16 16 30 war ich hier am platz und der platz ist so voll und gut gefüllt dass ich in meinem ersten video vom öcher band ja nur bei dreher und vespa bahn ein kurzes off-wall gedreht habe und ihr müsst euch jetzt leider gleich nur mit bildern vergnügen tut mir wirklich leid ich hätte auch gerne anders gemacht ich hatte auch die idee morgen früh eine kleine runde zu drehen hier auf dem öcher band aber morgen bin ich anderweitig unterwegs also jetzt viel spaß mit den bildern ich bin raus tschüss hier Vielen Dank.